. Salut tout le monde. Ich erkläre Ihnen heute, wie ein Kneik am Teig ist. 5 bis 7 Minuten pro Kneipp. Wenn es nur zweig ist, klappt es etwas mehr, wenn es zu hart ist etwas besser. Wenn Sie keine Küchenmaschine zuhause haben, müssen Sie eben auf dieser Fortune arbeiten. Und das Entscheidende ist die Frieden schaffen.